Hallo liebe Zuschauer und herzlich Willkommen zu den Nachrichten bei Prometheus Archäologen haben in Perigord in Südwestfrankreich die älteste Höhlenkunst der Welt entdeckt Die steinseitlichen Ritzungen sind um die 37.000 Jahre alt und stellen Tiere und, so interpretieren die Forscher, weibliche Geschlechtsorgane, also Fruchtbarkeitssymbole, dar Sie finden sich auf einem Felsblock, der ursprünglich als Decke eines Unterschlupfes fungierte Gruppenbild mit Minister vor der Theodor-Heuss-Schule in Reutlingen Denn hier war Nils Schmid anlässlich des sechsten EU-Schulprojekt-Tages zu Gast Das Ziel der bundesweiten Aktion für Schüler Ich wollte Ihnen vermitteln, wie wichtig Europa für Sie im Alltag ist Wie groß die Errungenschaften Europas sind, wenn wir an die langjährige Friedenszeit denken Aber vor allem auch die praktischen Auswirkungen im Bereich Wirtschaft, im Bereich Euro, im Bereich Reisefreiheit erläutern Zwar stehen die Themen Europa und EU auch auf den Lehrplänen, dennoch sind die Politiker deutschlandweit von der Bundesregierung dazu angehalten, für die Europäische Union zu werben Es ist immer noch was anderes, wenn mal eine andere Person von außen über Europa redet Ich habe als Politiker nochmal einen anderen Blick auf die Dinge Und ich glaube, dass das für die jungen Leute ein Zugang zu dem Europa-Thema war, was im Alltag des Unterrichts eben so nicht möglich ist Auch das aufkommende Thema Euro-Krise konnte so aus einem für die Schüler anderen Blickwinkel erörtert werden Was ich sehr beeindruckend fand, ist, wie stark sich die jungen Leute mit Europa beschäftigt haben Und wie wichtig es ihnen auch war, diese Frage der finanziellen Stabilität des Euros zu diskutieren Und dabei sei ihm die Solidarität gegenüber dem Euro am wichtigsten, betonte Schmid Gleichzeitig jedoch bedürfe es klare Regeln für die Verschuldung der nationalen Haushalte Klaren Regeln unterstand auch der Besuch des Ministers Und so musste dieser nach gut einer Stunde wieder aufbrechen Möglichkeit zu Diskussionen gibt es aber auch nächstes Jahr wieder beim EU-Schulprojekttag 2013 Schmerz wird als unangenehmer empfunden, wenn man ihn erwartet So das Ergebnis einer Studie von Berliner und Hamburger Medizinern Sieht man hingegen weg, beispielsweise bei einer Spritze, ist der Schmerz geringer Wissenschaftler sehen darin die Erinnerung an frühere schmerzhafte Erfahrungen Nach der Verabschiedung eines neuen Windkraftanlagenplanungsgesetzes durch die Grün-Rote Landtagsmehrheit hat das Regierungspräsidium Tübingen jetzt ein so genanntes Kompetenzzentrum Energie eingerichtet Die Stelle soll zukünftig Behörden, Kommunen, Bürger und Investoren in allen Fragen neuer Windkraftanlagen beraten Grün-Rot will durch das neue Gesetz im Zuge der Energiewende schnell für mehr Windkraft sorgen Wie Essen und Trinken gehören Liebe und Sexualität zu unserem Alltag Doch während man auf den Straßen und in den Parks immer wieder offensichtlich schlemmende Menschen antrifft findet das intime Beisammensein zumeist im Verborgenen statt Zumindest bei den Menschen Anders ist es bei den Pflanzen Sie vermehren sich ganz öffentlich, auch wenn wir es oft nicht wahrnehmen Das soll eine neue Ausstellung im Naturkundemuseum in Reutlingen jetzt ändern Sie zeigt mit Bildern von Samen und Sprösslingen die Ergebnisse pflanzlicher Erotik, die Früchte der Liebe Was einem bei diesen Bildern auf den ersten Blick fremdartig erscheint, sind Pflanzen, die vor unserer Haustür in unseren Gärten und Parks wachsen Nur ist es nicht der zumeist prächtige Blütenstand der Gewächse, den der schwedische Fotograf Edward Keunberg zeigt Es sind deren verdorrte Überreste, in denen sich über den Winter neues Leben entwickelt Es geht einfach darum, auch eben, wenn eine Pflanze verblüht ist, einfach mal zu gucken, wie sieht die denn aus Natürlich hat ein Fotograf immer einen ganz besonderen Blick Und ich muss gestehen, also ich zupfe natürlich auf den Balkonkasten oder in der Vase dann auch das Verblühte raus Aber seitdem ich ihn kenne und diese Pflanzenbilder gesehen habe, habe ich mich zumindest daran erinnert, warum ich das tue Mit ihren schwarzen oder weißen Hintergründen zwingen die Fotografen die Aufmerksamkeit des Betrachters geradezu auf Form und Farbigkeit der Pflanze Die meisten der Pflanzen stammen aus meinem eigenen Garten Es gibt natürlich auch faszinierende Pflanzen, etwa in Südafrika oder Lateinamerika Aber mich interessiert mehr das, was ich in meinem eigenen Garten habe Keunbergs Bilder sind inspiriert vom Werk des schwedischen Naturforschers Karl von Linné Er hatte im 18. Jahrhundert ganz unverblümt über die Sexualität der Pflanzen berichtet Keunbergs Idee, die bildliche Umsetzung des Liebesaktes in einer ersten Ausstellung und jetzt die Darstellung der daraus entspringenden Früchte der Liebe Es ist halt nicht sehr dankbar, Früchte und Samen zu fotografieren, weil viele Leute sind da einfach nicht so interessiert Sie halten das nicht für spannend, es ist ja auch mehr so Richtung Tod und Vergänglichkeit, Winter, Sterben Und oftmals sind sie natürlich auch nicht so schön bunt oder filigran wie manche Blüten Doch eben darin liegt für den Fotografen die Herausforderung Zumal er die Bilder nicht am Computer nachbearbeitet Sein Ziel? Ich möchte, dass der Betrachter genauso fasziniert ist wie ich davon, wie gewöhnliche Pflanzen während des Winters aussehen Schließlich ist es aber eben dieses mitunter trostlos wirkende Erscheinungsbild, das im kommenden Frühjahr wieder leuchtende Blüten hervorbringt Zu sehen sind die Früchte der Liebe in ihrer Deutschlandpremiere in Reutlingen noch bis zum 24. Juni Das waren die Nachrichten von Prometheus, ihrem Wissenschaftsfernsehen für Baden-Württemberg Aktuelle Nachrichten und Reportagen aus der Wissenschaft sehen Sie jeden Tag 24 Stunden auf unserem Digitalkanal Landesweit im digitalen Kabelnetz, der Kabel BW Oder weltweit im Internet unter www.prometheus.tv Also schauen Sie mal rein Ich verabschiede mich für heute und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal